Hallo und schönen guten Morgen aus dem Ahrtal. Ich bin hier in Wallportsheim in der Nähe von Bad Neuen Ahr. Das ist ein Stadtteil von Bad Neuen Ahr. Da bin ich heute Morgen schon hingefahren von Koblenz aus. Es ist jetzt so circa Viertel nach acht. Ich habe es heute gut. Ich mache die vierte Etappe des Ahrsteig und gut habe ich es deswegen, weil ich heute erstmals nicht das Fahrrad benutzen muss, um zum Start zu kommen, sondern die Ahrtalbahn fährt mich dahin. Die geht jetzt gleich um halb neun. Der Bahnhof ist ein paar hundert Meter entfernt. Da muss ich jetzt hingehen, sonst fährt mir das Bändchen vor der Nase weg und ich melde mich dann später von unterwegs. Bis dann. 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 Die nächste Station, Grünsberg, Abstieg in Fahrtrichtung rechts. Anders als hier auf dem Schild dargestellt, gehe ich heute die vierte Etappe und nicht die fünfte. Geocaching mäßig ist das etwas anders aufgeteilt. Ich fange also hier in Kreuzberg an und folge dann dem Haarsteig bis nach Walpotsheim, das ist da oben. Unten sieht man ganz schön, dass das 580 Höhenmeter sein sollen und 670 Meter abwärts. Und auf der Fahrt hierher konnte man schön sehen, wie schroff die Landschaft ist, wie hoch und runter das geht. Ich erwarte also ganz tolle Aussichten und jede Menge Ausblicke und eine richtig schöne. Musik Also hier geht es gleich richtig hoch, dann auf zu den ersten Höhenmetern. Musik 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 Also das ist schon wieder super super toll heute Morgen. Musik Wo springt sowohl Musik 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 grace Musik Fortune Video Vielen Dank. 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 Nach knapp zwei Stunden Laufzeit ist vielleicht mal Zeit für ein kleines Zwischenfazit der Etappe. Also wenn es mal ein Flachstück gibt, dann ist das relativ kurz. Ansonsten geht es entweder hoch und das ist wirklich steil. Also nicht nur ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr steil. Sowohl bergab, sowohl bergab, sowohl bergab. Und das ist wandern, genauso wie ich das mag. Das macht es ist, das macht es, das macht es, das macht es, das macht es, das macht riesen Spaß. Und jetzt ist es, das macht 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 es, das estate, das macht es, das machen wir hier. Sehr schön hier in den Webstöcken, die fast reifen roten Trauben sind. Hier in der Gegend sieht man auch viel mehr Leute auf dem Arschsteig spazieren oder wandern. Das ist touristisch viel viel erschlossener als auf den Etappen zuvor. Die Leute kommen hier hin, die machen Urlaub, die gehen wandern. Die kommen jetzt gerade um diese Jahreszeit, um die Weinfeste zu besuchen, um den neuen Wein zu probieren. Um Wein einzukaufen und mitzunehmen nach Hause. Und das ist nicht nur hier im Ahrtal so, sondern im Grunde genommen in allen sieben Weinbaugebieten in Rheinland-Pfalz. Also egal ob das der Rhein ist, die Nahe, die Mose, Rheinhessen oder was auch immer. Schaut euch mal von meinen YouTube-Freunden Radtouren Gede das Video zu deren Tour an der Deutschen Weinstraße an. Das ist auch sehr sehr schön und sehr informativ. Dort wurden die Einheimischen interviewt und die Radreisenden. Das haben die beiden sehr sehr schön gemacht. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Dann schaut euch das einfach mal an. Ich habe eben Wanderer oder Spaziergängerinnen getroffen. Die erzählten mir unter anderem was von einer neuen Streckenführung des Ahrsteig. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich bin jetzt völlig anders gelaufen, als es auf der Karte, die ich mir zu Hause gezogen habe, dargestellt ist. Die Schilder waren immer vorhanden. Großartig. Der gesamte Ahrsteig ist super super gut beschildert. Und ich vermute mal, dass sich die Betreiber irgendwas Neues einfallen gelassen haben. Dass die Wegstrecke etwas anders, vielleicht etwas attraktiver gestaltet wurde, als sie es zuvor war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es eine Zeit lang unten ab Reich, ich glaube bis Dernau, unten am Ahrufer entlang. Und jetzt hier hinter Dernau bekomme ich die Quittung. Es geht also schon seit mehreren hundert Metern bergauf und es ist noch kein Ende in Sicht. Schallmann und Kantos nicht attraktiver einer von der Leider einen Schwarz- und 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 Schwarz.- Guss communities Wir haben nie zu einem Grias, die wir, die aufgrund der Karte müssen sie hace. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist der Krausbergturm und da will ich jetzt unbedingt nochmal rauf, wenn er dann auf ist. So viel Zeit muss sein. Also wenn sich irgendein Aufstieg lohnt, dann ist das der hier. Das ist ja wohl nur genial. Schaut euch das mal an. Alles geht mal zu Ende. Auch der A-Steig. Ich befinde mich jetzt mittlerweile auf dem Abstieg nach Walpotsheim. Das ist noch ungefähr ein Kilometer bis zum Auto. Dann ist auch die Etappe zu Ende und das komplette A-Steig-Vorhaben. Ob ich dann noch weitergehe, muss ich mich erstmal schlau machen, wie das funktioniert. Vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung bis Zinzig runter. Aber Geocaching-mäßig ist hier alles jetzt erstmal erledigt. Das hier heute, das war eine ganz, ganz großartige Etappe. Ich würde sogar sagen, die schönste von den Vieren. Das ging immer rauf und runter und rauf und runter. Und es war ganz, ganz toll mit tollen Ausblicken. Das Wetter war prima. Es war sonnig. Es kam kein Niederschlag runter. Und es war angenehm von den Temperaturen. Wenn auch mir persönlich etwas zu frisch. Aber das ist wohl jetzt die Jahreszeit, die da kommt. Ja, der gesamte A-Steig war ein tolles Erlebnis. Sowohl mit dem Fahrrad. Also da bin ich ja den A-Radweg gefahren, als auch zu Fuß. Bleibt sicher in tiefer Erinnerung. Und zählt zu den mit Sicherheit schönsten Wanderungen, die ich bisher gemacht habe. Und das waren einige. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bleibt noch dran. Es gibt natürlich wie immer noch das Fazit zur heutigen Etappe. Die Streckendaten und natürlich die Streckendaten und alles, was man so braucht für den gesamten A-Steig. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.